Ihr könnt mich gar nicht so schnell runterbrennen, wie ich mich mit meinem Schwert wieder hochleechte. Ach du hast Leech drauf, das ist natürlich heiß. Ja, lass dich. Das sehe ich auch. Deswegen stirbt der auch nicht und kämpft nicht am Zeit, weißt du? Ja, ja, ja. Komm her jetzt, komm her jetzt. Ich komm zu euch rein. Den brechst mal ein bisschen zu. Ja, geh mal da rein, dann kann ich mich auch rein, dann kann ich dir helfen oder so. Wo sind die Spawner? War das auch noch mit reingesprungen? Klar. Du, die Spawner? Es passt, dass wir nicht hingehen. Hinter dir, hinter dir. Leck, leck, leck auf Doom. Leck auf richtig Doom. Geh nicht. Oder doch. Ach, ich hab das Gretten. Ganz tolle. Ey, ich mach grad den Rare. Ja. Ich muss hier raus, ich muss hier raus. Ich muss hier raus, ich muss hier raus. Boah! Boah, ey! Der geht's voll ab. Ja, wenn ich die Spawner halt mal finden würde. Und Harp ist immer draußen, oder wie? Nein, ich bin hier gefangen, ich komm hier nicht mal raus. Wo bist du? Am Eingang, das hab ich. Hört mir hier keiner zu? Nein! Nee, das sind viele Mobs, ne? Ja, wir sind sehr viele Mobs. Ich hab das vorhin auch schon festgestellt, dass ich da immer herangegangen bin. Ja voll. Ja Harp, sollen wir dich mal befreien kommen, oder what? Boah, ich brenne schon wieder, ey. Ich hab keinen Bock mehr. Ich brenne auch. Ich brenne auch. Nein! Hier ist irgendein scheiß Name dabei. Der macht Feuer und ich weiß nicht was alles. Wo ist der denn jetzt grad hergespawnt? Au, 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 was? Wo ist der Spawner? Der muss ja irgendwo hier sein. Leg. Au. Wo sind diese scheiß Spawner? Keine Ahnung, man. Places schon Spawner gefunden? Ich fight hier die ganze Zeit wie ein Bekloppte. Wieso verliere ich eigentlich mal ein Schwert, wenn keiner in der Nähe ist? Das ist Absicht. Weil irgendein von den Viechern das als Fähigkeit hat. Aber jetzt ist hier plötzlich Ruhe. Einer nennen wir das noch da. Ja, weil ich Licht gemacht hab. Kein Spawner, kein Spawner. Ich seh auch keine. Ah, Hilfe! Wo kommt der denn her? Der hat die ganze Zeit hier rumgestanden. Nee, der hat die ganze Zeit hier rumgestanden. Wenn sich das lustig gefühlt. Yeah! Hey! Wer wird das denn jetzt lösen? Ein Raum geschafft! Yeah! Sollen wir mal Harpe befreien gehen oder was? Hat irgendjemand Holz für ne Kiste dabei oder so? Nein. Nee! Tatsächlich nicht! Jetzt muss ich doch sofort! Iron Homes! Quatschen, geh weg! Mautzeit! So! Wunderbe... Ach da oben sind da auch noch Grabstellen drauf, die man nehmen kann. Aber machen wir nicht, ne? Da sind wir nicht drauf, oder? Stefan, was machst du denn da? Spawnern suchen, aber hier ist glaub ich wirklich keiner. Nee, die spawnen einfach nur, weil es dunkel war. Ja, ja. Aber so heftig! Ja. So, ich bring mal kurz was nach Hause. So macht das keinen Sinn nicht. Ich bin doch ins Leer. Harpe, hast du keine Flügel? Ja, du hast ja auch nen Rucksack, oder? Nein, ich habe ja keine Flügel. Den haben ja wir nicht, den Rucksack. Ja, rather, wollen wir mal eben hochgehen und Harpe retten? Hm. Hast du nicht so Lust dazu, ne? Komm, geh mal hoch und helfen denen mal. Wo müssen wir denn lang? Gehen wir hier zurück. Da hinten, ne? Hier. Und dann? Äh, müssen wir hoch. Naja, das ist ja easy. Da wo die ganzen Monster... Boah, was ist da oben los? Ach du Schande. Äh, jetzt müssen wir geradeaus. Das sind Katzen geradeaus. Was? Alter, die... Äh... Ich bleib mal hier in dem Zwischengang stehen. Ein Zombie-Hund. Wo bist du da alles hin? Alter, was kommt da, was kommt da? Name Zombie. Name Zombie. Da ist einiges. Noch nicht, ne? Ne, aber noch nicht. Hatten wir nix schon Bier? Jetzt bräuchte ich mir Granaten. Sieben FPS. Hm, das ist unmöglicher zu spielen eigentlich. Ja. Komm näher ran, die Viecher. Au. Eigentlich nur so nach und nach die Viecher wegmachen hier. Hatten wir schon Diamanten? Ja. 2. Dann brauche ich noch Obsidian. Äh, Redstone. Was mich erstellt ist, sind diese Dinger in der Mitte hier. Man kann da überhaupt nicht richtig... Jetzt gucken. Haben wir schon ein Buch? Jetzt noch... Ne, weih. Zum will's Sachen haben, ey. Boah, hier ist so viel FPS, ey. Unglaublich. Jaja. Bei mir ging's eigentlich. Hier sind ungefähr 40 Trilliarden Zombies gerade. Ja, dann töten sie doch endlich. Machen die doch ganz so leid. Da ist eine flügende Rüstung. Das ist immer Skelett, ja. Irgendwas named. Das ist Skelett. Das ist Skelett. Das ist Skelett. So, ein Buch, zwei Diamanten. Ich krieg Schaden mit dir auf den Schieße. Mein Schwert ist kaputt, ich muss schnell reparieren. Und dann... Reisen. So, jetzt kann ich dir wieder helfen, komm. Sind wir noch Zombies über? Äh, ja. Wo seid ihr denn? Äh, wir sind auf dem Weg zu dir. Ja, ihr seid gar nicht in meiner Nähe. Wir gehen gerade durch den Gang am Eingang zurück. Da wird die ganzen Truhnen drin stehen. Und hier sind ja auch nur ungefähr 12 Milliarden Zombies und, äh, andere Viecher. Und da treibt man nicht, wir sind mindestens... Ja, vielleichtestens 11 Milliarden. Ja, haha. Und das ist ein Legfest. Haha. Ja. Aber die kommen auch nur in Side-Up. Ist doch gut. Ja, ja, das ist das Gute dabei. Ja, 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 ja. Habe ich den hier auch nur sauer. Ich hab, glaub ich, in der Reihe sieben Hüte freigeschaltet oder so. Oh, ich hab gleich noch eine Eisbillen, da muss ich ja irgendwann mal weg. Ja, aber sobald wir bei dir sind. Ich glaub da nicht mehr dran. Der kommt doch grad schon. Zombie Dog of Fatigue ist da auch nie so gut. Der hat ein Molentor auf dem Kopf, der hat ein Molentor auf dem Kopf. Äh. Ich hab ein Molentor, hätt. Hier fliegt ein Bogen, oder? Kann das sein? Ach, das ist was Unsichtbares. Ja, ist ein Bogen. Auf. Oh, ich kann euren Namen sehen. Ich komm mal in eure Richtung, gebuddelt. Versuch mal. Oh, laufbar, schön. Oh, ne, aufmachen darfst du nicht, sonst kommen die hier rein. Achtung! Ach, willst du hier rein? Ne, das ist ein Gegner, den lass ich hier nicht rein. Ich seh nichts mehr, ist alles so dunkel um mich herum. Ja, einer von uns muss auf der linken Seite bleiben, einer auf der rechten. Komm mal zurück, komm mal zurück, komm mal zurück. Ein Raum. Ich bleib links jetzt. Okay, dann bleib ich rechts. Weil sonst haben wir nämlich... Jetzt bin ich vergiftet, jetzt bin ich vergiftet. Ach du Scheiße. Au! Ne. Alter. Geh zurück, geh zurück, geh zurück. Da kommen wir nicht durch. Ich geh zurück. Ich bin sonst tot. Ich hab kaum noch Leben. Ja, ich geh auch zurück, ich komm zurück, ich komm zurück. Wohin weiß ich nur noch nicht, aber ich geh zurück. Runter. Und dann? Runter erstmal. Ja, dann entspannt sich die FPS, du bist nicht mehr vergiftet, du kannst was essen, du heilst. Das wär geil. In der Reihenfolge. Okay. So, und dann, Schwert wieder in der Hand und... Wuhu! Action! Ich bin bereit, und du? Das nervt doch hier. Ich zieh mir grad ein bisschen verzauberer Sachen an, die sowieso schon hier grad mal so. Und wenn gar nichts mehr hier ist, brother, zuck ich meine Crystal Wings und bin zu Haus. Meinst du sowas hier? Äh, genau die. So, da kommen sie! Da kommen sie! Ach die kommen schon? Ach du Scheiße. Äh, der eine war nur einer. Ich seh nichts mehr! Ich seh nichts mehr! Ich hab mir nicht vorhin mit Level 60 hier drin. Wir mussten uns zurückziehen, ging ja nicht anders. Äh, okay. Ich links, du rechts. Okay. Und los geht's. Mir geht's nicht gut. Mir geht's nicht gut. Mir geht's nicht gut. Solange die Zombies normal sind, ist das kein Problem, aber... Ne, normale Zombies sind kein Thema. Das ist ein Bane-Affektiv wie ein Spinn. Au! Da ist irgendwas, was kein normaler Zombies ist. Das wissen wir schon mal. Alter, die Fiese kommt denn jetzt hier? Au! Fucking... Was ist das denn? Du bist auf meiner Seite, geh weg! Ja, ich muss den zurückziehen. Da schießt einer die ganze Zeit irgendeinen expliziten Mist. Lass uns mal hier kämpfen. In dem Raum. Wir kommen ja eh alle. Ich steh mich auf die linke Seite. Dann können wir über Kreuz in die Tür reinschlafen. Ah! Ich lauf back. Lauf back. Oh, und ich brenne. Muss noch Wasser einmachen. Verdammt. Den hat zerrissen. Oh, mein Schwert ist kaputt. Ich geh zurück. Ich kann grad nichts machen. Ich setz unten Wasser. Ja, ich brenne schon nicht mehr. Ist gut, alles. Boah. Boah. Ey. Also mir geht's gut. Wo ist mein Obsidian? Ja, mir geht's auch gut. Wo ist mein Obsidian? Ich muss mein Schwert reparieren. Irgendwie will der Outdoor-Enchantment-Table nicht. Die Sau. Saudi! Oh, ich hab gar keine Hose mehr an. Äh, schnell mal eben... Chain-Bring. Bitte, 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 bitte. Was? Ich hab jetzt ne Hose wieder an. Meine war eben kaputt. Meine Füße sind auch gleich kaputt. Oh, mein Mann. Glück findet man hier genügend Wustungsteil. Ja, stimmt. Warte, äh... Ja. Wollen wir? Da kommen sie, da kommen sie! Ist ja nur einer. Rare-100-Zig-Zombie-off-Bla-Blue. Re-Pulsion. Okay, der ist tot. Dann haben wir auch mal repulzt. Hallo, guten Tag, links. Auch tot. Hallo, was denn alle, hä? Habt wohl Angst, wa? Ja, vor allem der Typ, der schießt. Komm du mal her, hier. Auf Nackern. Auf geht's. Und das Gefühl... Die folgen mir immer noch. Das Gefühl könntest du recht haben. Oh, da kommt sie wieder, die Party. Party People. Ja, die haben schon ein bisschen zu lang gefeiert. Die grammeln schon. Habt ihr ein bisschen zu schon mal raus, oder? Ich buddeln... Ich versuche mich jetzt mal raus zu buddeln. Gut, weil ich glaube, dass... Wadern dich hier gleich fliegen werden. Ich muss von dem Vredorf weg. Lach doch den Arm. Habe einfach da verrecken. Wir versuchen zu den Hintergrund. Es klappt aber nicht. Aber wir gehen lieber zwei Schritte zurück, anstatt ein Schritt vor. Ich... Ich habe vier FPS, ne? Ihr habt doch ne Pick-Axt, man. Buddelt euch doch da einfach durch. Bei den... Bei den... Bei den einen Zombie, der hat... Der hat... Der hat 150 Leben. Ja, ja. Hab ich gesehen. Die feinen Herren. So... Wir sollen dich doch retten. Wir sollen uns nicht mehr Pick-Axt irgendwo durchpulen. Vengeance Spirit oder sowas. Ich kann ihn nicht... Was hast du da? Ist draußen, na? Irgend so ein Vengeance Spirit. Ja, deshalb kann ich gerade nicht mehr da rein. Weil hier am... Am Friedhof volle Partys. Ja. Kein Wunder. Weil wieder ja auch die ganze Zeit stehen, und dann sporn ich auch. Was kämpfst du da eigentlich? Oder was steht hier? War nix. Hier ist halt viel zu dunkel, und hier sporn immer wieder was. Ja, Alex, wollen wir porten? Ja, aber wir folgen uns eh zu Ende jetzt gleich, ne? Ja. Da kommt keiner, da kommt keiner! Da kommt keiner! Lass mich hier einfach zurück. Ja, es hat keinen Sinn. Wir kommen nicht dahin. Das ist wohl leider wahr. Oh, die schöne Ruhe hier. Ja, ne? Ich hab mich sogar FPS. Ehrlich. Ja, ja. 47. Naja, das ist doch geil. Aber habe mein Beileid. Komm hier neben mir raus. Und wenn ich dabei draufgehe. Ist hier gerade Gewitter? Ja. Ja. So, die ganzen Müll loswerden hier erstmal. Liegen überall Gliedmaßen. Das klingt wie ein Porno. Hier sind überall Gliedmaßen. Ich hab nicht gesagt, hier liegt ein... ...bestes Stück. Weg. Ich muss hier weg! Das sagen die im Porno auch nicht. Ich will mich verfolgen. Warum biegt denn hier Strom? Ich drehe mich am besten nicht um. Oh, jetzt wird's kritisch hier. Ne, bei uns ist alles gut. Lass mich durch. Lass mich durch. Lass mich durch. Lass mich durch. Lass mich nicht sterben. Keiner denkt an mich. Harpe, du hast ja gesagt, ich schaff's jetzt hier gar kein Problem. Wieso müssen wir uns jetzt noch Gedanken machen? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich hab Happen gefunden. Ich hab ihn gerettet. Hey Happen, na, wie geht's dir? Alles gut, altes Haus. Was hab ich denn hier auf dem Kopf? Was hast du denn hier für'n Kopf? Wie heißt denn der? Australian Minecart auf dem Kopf hab ich. So, für uns war's das. Die Zeit ist rum. Ich bin pünktlich nach Hause gekommen. Ich hab' den Ball lieb. Ja, jetzt können wir eben auch warten, bis der Ding so auch da ist. Ja, jetzt können wir eben auch warten. Ja, ja, auf den auf jeden Fall. Ja, auf den sowieso, ja, ja, ja. Das ist der, das ist der meiste Schnetzler. Ich hab' so viele neue Hüte. Ich auch, ich guck' grad durch. Der ist einfach der geilste. So, ich hab' nen Facehugger bekommen. Das wird auch nicht helfen, dein Gehirn ist schon kaputt Okay, das muss ich haben Was denn? Styleische Brille Ja, die ist sehr stylisch, vor allem weil du keinen Kopf hast Hier, ich spiel sie, ich spiel sie, Silvester Ich nehm wieder meine TARDIS Ist Beste Der Auto-Enchanter geht übrigens nicht Du, Blaze, deine Brille hilft nicht, du hast immer noch ein hässliches Gesicht, das wird sich nicht ändern Ich weiß So, können wir jetzt aufhören? Ja, von mir aus können wir Bis nächstes Mal Tschüss 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 Tschüss